Mein Name ist Luca Ritter. Ich arbeite seit drei Jahren bei der VAPE Bank als Kundenberater im Bereich Justice & Lawyers. Für junge Anleger ist es wichtig, finanzielle Konzepte zu kennen, damit diese ihre langfristigen finanziellen Ziele erreichen können. Um Geld zu machen, braucht es durchaus ein gewisses Know-how. Ich würde das jedoch auf drei Konzepte abstellen, nämlich der Durchschnittskosteneffekt, der Zinseszinseffekt und die Performance. Wenn man diese drei grundlegenden und einfachen Konzepte in Finance kennt, dann kann man seine langfristigen finanziellen Ziele einfacher und besser erreichen. Der Durchschnittskosteneffekt kann wie folgt beschrieben werden. Wenn jetzt jemand beispielsweise 10.000 Schweizer Franken in eine Aktie investieren muss, dann ist es sehr schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Der Investor ist damit gut beraten, wenn er beispielsweise die 10.000 Franken aufstückelt und diese dann über zehn Monate investiert. Somit hat er einen durchschnittlichen Preis und hat nicht das Risiko, dass er am höchsten Zeitpunkt 10.000 Schweizer Franken investiert hat. Der Zinseszinseffekt lässt ein exponentielles Wachstum zu. Das ist insbesondere für die jungen Anleger wichtig zu erklären, weil wir jetzt eine lange Phase von tiefen, sogar negativen Zinsen hatten. Ein kurzes Beispiel. Wenn du jetzt 1.000 Schweizer Franken auf deinem Bankkonto hast und jetzt 5% darauf bekommst pro Jahr, dann hast du nach einem Jahr 1.050 Schweizer Franken. Wenn du jetzt im nächsten Jahr noch einmal 5% darauf bekommst, hast du nicht nur plus 50 Franken, sondern du hast diese 5% auf die 1.050 Franken, sprich du hast plus 52,5 Schweizer Franken. Die Performance beschreibt ganz einfach die Entwicklung eines Investments über den Zeitverlauf. Wenn wir beispielsweise am Tag X 1.000 Schweizer Franken investieren und am Tag Y 1.200 Franken haben, dann war die Performance 20%. Man muss kein Experte sein, um erfolgreich zu investieren. Es ist aber dennoch wichtig, dass man die grundlegenden Konzepte beim Investieren und Anlegen kennt. Beim Anlegen ist es wie im echten Leben. Es gibt immer wieder Tipps und wenn man genau dort investiert bleibt, dann hat man langfristig Erfolg. Du kannst sofort starten, indem du die VP Bank kontaktierst.